Musik Zuhause. Was ist das eigentlich? Pia weiß das leider auch nicht so genau. Die wellenartigen Veränderungen im Leben der Kinder hinterlassen ihre Spuren. Viele Eltern sind überfordert mit ihrer Lebenssituation und können den Anforderungen nicht verantwortungsvoll gerecht werden. Musik Pia muss nun wachsam sein und sich dann eine fremde Umgebung anpassen. Musik Aber was wäre, wenn ihr neue Möglichkeiten geboten würden und ihr mehr Raum ließen? Musik Einsamkeit schwindet nicht alleine mit schmerzenden Gemeinsamkeiten, sondern mit dem Verständnis und der Fürsorge. Musik Sie alle haben Abgründe gesehen. Was sie unterscheidet, ist ihre persönliche Geschichte und wie sie von diesem Ort weitergehen wird. Musik Pia lernt sich einzuordnen, an Regeln zu halten und ihre täglichen Pflichten zu erledigen. Musik Denn jeder hat Verantwortung zu übernehmen in einer Gemeinschaft. Musik Gemeinsam mit den anderen erfährt sie, was Harmonie, Wertschätzung und Vertrauen bedeuten. Musik Pia entwickelt Stärke und Selbstbewusstsein. Musik Das Entwickeln einer selbstbestimmten Persönlichkeit. Auch Pia hat dieses Bedürfnis wie jedes Kind. Musik Wir begleiten sie dabei. Musik Pia versteht nun endlich die Bedeutung von Zuhause. Musik Jam Home Stationäre Jugendhilfe Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020